Müdigkeit und Energieverlust, Heißhunger, Hautprobleme, Übergewicht, Diabetes und Karies. All das können Folgen von zu viel Zuckerkonsum sein. Hier sind vier Tipps, wie du der Verlockung besser widerstehen kannst. Miste aus. Wenn du keinen Zucker im Haus hast, fällt es dir leichter, auf ihn zu verzichten. Beherrsche den Heißhunger. Kaugummis ohne Zucker, Tee und Wasser helfen dir, den Heißhunger zu regulieren. Überlege dir Alternativen für Situationen, in denen du normalerweise zu Zucker greist. Wenn du Stress hast, zum Beispiel geh raus an die frische Luft und bei Hunger greife zu Nüssen oder Gemüse-Sticks. Und stell den Genuss in den Vordergrund. Du kannst dir immer mal wieder was Süßes gönnen, aber wenn dann nur in kleinen Mengen und bewusst. Zucker aus der Ernährung zu streichen kann anfangs ziemlich schwierig sein. Dein Körper braucht Zeit, um sich dem anzupassen. Falls du müde wirst oder Kopfschmerzen bekommst, bleib stark. Denn es zahlt sich aus, zum Beispiel mit besserer Haut, gutem Schlaf und besserer Konzentration. Was sind deine Tipps für ein zuckerärmeres Leben? Was ist 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 deine Tipps für ein zuckerärmeres Leben? Vielen Dank.